hallo schönen guten tag an euch alle heute haben wir den 22 februar 2024 heute würde gehorst günther 70 jahre alt werden heute werde ich ein bisschen erzählen über seine technik liebe und seiner fahrzeuge vier fahrzeuge werde ich besonders vorheben die er besonders gerne gehabt hatte welche technik voll lieben hatte der günther schon wo er im alter von 12 13 war hat er die röhren fernsehen repariert und die haben auch lange funktioniert dann hat er die erste super 8 kamera gehabt da hat er funkgeräte gab es nicht nur in autos sondern auch in der wohnung oben auf dem dach hatten wir eine riesen antenne er war auch der erste aus der familie der ein betamax rekord hat er ist aber später auch frau ist umgestiegen rekorde der rekorde hat auch später hat er sich eine fernbedingung mit kabel da gab es im anfang mit kabel fernbedingungen er war auch der erste der in der familie die eine satelliten antenne hatte wir haben das auch alle eine und er war auch der erste der ein flachbildschirm hatte jetzt kommen wir zu die autos zu den ersten einer seiner lieblinge war der ford das sind nur beispiel fotos ein ford p7 b auch wie hier im weiß mit braun in ausstattung und eben eine knüppel schaltung der 1,7 liter motor v motor v4 motor mit 75 ps ich habe mir wo ich zwölf jahre alt war immer jede zweite woche für ihn außen und innen sauber gemacht auch den aschenbecher musste ich lernen und schön sauber machen warum hat er sich verabschiedet von dem wagen er ist gefahren und ein lkw hat seine ladung verloren da war die motorhaube defekt der kühlergrill die lampe der korbflügel und der blinker jetzt komme ich zu einem seiner allerliebsten fahrzeuge das ist ein mercedes schrich 8 ca mauer 68 hatte er das ist nur beispiel foto auch eben er war aber ein 230 250er mit sechs zylinder automatik das schöne an dem fahrzeug er hatte den wahlhöbel oben an lenkrad wunderschönes fahrzeug aber das große problem er trost hinten und an der radläufe und eben an die türen da hat er sich ein schweißblech gekauft weil das fahrzeug hätte sich gelohnt komplett fertig zu machen weil er eine sehr geringe fahrleistung hat und da hat dann zum schweißen geben weil einer vorbeigekommen ist er sagte hier guck mal mein mercedes am 1-8 diesel top geschweißt dann hat er gesagt in vier wochen kristen wieder er hat mit rote nummer mitgenommen vier sachen später hat er sich nicht gemeldet noch einen monat später hat er sich nicht gemeldet nach drei monate kam er wieder mit dem wagen auf den hänger er die kompletten kabelbaum durchschmoren lassen beim schweißen hat die teile eingeschweißt aber so unfachmännisch habe ich noch nie gesehen da konnte man die finger in den radläufen wo er geschweißt hat reingemacht die kiste war total hinüber also unfachmännischer geht nicht wie gesagt günther war traurig aber hat nicht viel aufstand gemacht aber so einen hat er nie wieder an ein auto gelassen dann kam er ein paar jahre lang ist er vorbeigefahren ein jahr circa da stand ein neuwagen ein opel ascona c 1,6 liter in der jog-ausstattung im weiß mit rotbraunen sitze neuwagen den hat er dann gekauft der vater hat gesagt ja den kriegst du dann weil er unbedingt haben wollte aber nach einem halben jahr hat er gemerkt er hat überall geblüht also rost und dann ist er hingekommen und hat den dann zwei verschiedene händler angeboten und dann hat er den wagen in schaufenster gesehen ein vw passat b 32 davon 1983 auch ein neuwagen ein fließheck vier törer aber nicht wie hier in die gl ausstattung sondern in die cl ausstattung aber mit schübedach und dann hat er mir nachher umrüsten lassen weil er ein autoliebhaber war ein vier speichen lenkrad von wie zum beispiel in golf gti 1 und golf gti 2 drinnen war dafür dass mit die kleinen vier hupen und nachträglich wurde auch eine große gl mittelkonsole eingebaut dann hat er eine ford capri 2 wie hier im bild ist in gelbton mit ein gelbes also ein braunes fenyldach mit der braune innenausstattung da war dann der vier zylinder rei motor mit 88 ps ihn hat er nicht ganz so gut gefallen ich habe gefahren und mir da gut gefallen gegen die lange front und er war auch schöne herausforderung gefahren wegen hinten blattfedern vorne meck färfen mir da sehr gut gefallen und dann kam günther sein absolut mittraum auto einer von hier ein audi 100 typ 44 davor circa baulier 83 und dann hat er den bekommen in gold metallik helles gold metallik fünf zylinder einspritzer 136 ps automatik in der cd ausstattung davon eine luxus ausstattung es gab eine zweite luxus ausstattung die cs da war dann die sportliche ausstattung an das sei er die luxus ausstattung mit ihm nur sitze der hätte immer auch selbst gefallen aber das immer dann probleme gemacht mit die druck speicher und danach kann der gleiche fahrzeug aber in silber metallik auch wieder ein cd 1 215 zylinder e mit 136 ps automatik den hat er dann auch gefahren dann hat er eine kurze zeit hier ist nur ein beispiel foto wie die anderen auch ein opel rekord e 1,9 liter 75 ps aber einen eben ein zweitürer und eben mit die blechstoß dann die kiste war schon wie man heute dumm sagt fritte hinüber richtig dann hat er einen opel rekord hier ein beispiel foto dem vorgänger ein baujahr 79 bekommen in hellblau mit zwei türen und der hat ihnen nicht sehr gut gefallen nach kurzer zeit hat er dann abgezogen den karawan da hat er wieder einen opel rekord e das war aber dann auch wieder ein 79er baujahr aber limousine der vorgänger hier sehen wir den mit plastik da war der noch mit die blechstoß dann mit die krumm schluss dann und das war ein zweitürer ne der von vier türe in mit einem schwarzen dach kein vinyl dach und der war ziemlich der farbton rundherum dann haben wir in in blau gerollt mit der farbrolle da nicht mal schlecht auf ja dann hat er wieder einen passag gehabt ein kombi einen alten gebrauchten ein b 32 in hellgrün mit talik 1,6 liter 75 ps das war er für den günther ein fahrzeug das eben nur von a nach b kommen dann hat er von mir ein fahrzeug bekommen das habe ich umgerüstet ein fort taunus baujahr 78 was habe ich umgerüstet hier sehen wir den nachfolger ich habe ihn dann an dem fahrzeug umgerüstet wie hier die plastik ecken habe da kühlergrill eingebaut hinten die geriffelten großen rückleuchte mit die blechwand aber habe die spiegel nicht umgerüstet habe ich noch die alten gelassen und die kordflügel habe ich auch noch die alten drauf gelassen aber was schön in dem fahrzeug war ich hatte die holzausstattung für die armaturentäfelung von der gia eingebraut oder gia und das sah sehr gut aus er hat nur ein problem es war der 1,3 liter reihmotor mit 55 ps das ding ist praktisch nicht von der stelle gekommen er war unter motorisiert und da können wir sagen echt unter motorisiert dann kommen wir zu den nächsten genau wie ja so ein bild hier in etwa ist ein opel rekord e hier wieder das war sein 4 85er baujahr mit der 2 liter s maschine im weinrot metallik drinnen war der 2 liter s maschine probleme hat gemacht der kühler der war undicht und der wari check 2 vergabe das war ein sorgenkind ich glaube ich habe ihn dreimal gewechselt ja dann hat er noch ein opel ascona c gehabt ein vierträger limousine sehr schönes fahrzeug in hellblau 1,6 liter wieder 75 ps das kommen wir zu einem sein allerletztes fahrzeug das er selber gefahren hat später wurde er dann von uns gefahren das ist ein aro ein rumänisches fahrzeug in die größe von etwa ein suzuki er war sehr zufrieden es war hier renault triebwerk drin aber er hat ihm viel spaß gemacht weil der fahrzeug war sehr geländegängig ja aber das kommen wir noch mal zum 70 geburtstag das gedenken wir alle noch mal an Horst Günther 還 nie zum 70 gemessen das er sieht gut aus das ist das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020